So, ich hoffe mal, dass ich jetzt auch nicht... Ne, doch. Fuck, Alter. Mich hier eigentlich rollen oder so? Ich hoffe, es läuft überhaupt... Freude an. Da gucke ich jetzt nicht mehr. Aber ganz kurz. Ja. So, zum Glück habe ich einen kleinen Bug für das Spiel gefunden. Mal auf zu ballern, Mann! Alter. Fick dich. Fick dich! Du hast mich richtig verstanden. Meine Hand geht gar nicht mehr da runter. Was schafft das den Typ nicht aufzulegen? Oh Mann! Fuck you, Wichser! Lass mich mal! Das macht mich wütend, das Spiel! Ja, ich bin wieder in Web 2. Immer noch. Ich würde mich gleich in den nächsten Mal, was ich frage. Ich würde mich ganz mit einigen Mal wiederholen machen. Vielleicht, was ich schlapp? Die Seite ist jetzt. Ich will ja auch nicht Ewigkeiten dran setzen. Wisst ihr was? Wisst ihr? Ich mache jetzt noch? Diese Scheiße mache ich jetzt noch. Ich versuche das jetzt noch einmal und dann... Dann sind sie nicht mehr gespülen. Dann sind sie hier alles kaputt. Dann sind sie nicht alle abgeholt. Ist das denn nicht die Tücher oder so? Allgemeiner Spiegel! So, jetzt speichere ich. Jetzt reicht es mir. Safe. Ah ja, gut. Das sieht für mich schon besser aus. Das ist besser an einem falschen Punkt zu sprechen. Jetzt kann ich ihn angucken. Das Spiel jetzt kann ich an. Hä? Ziemlich Rollenspiel? Ja, es ist kein Rollenspiel. Ich dachte nämlich nur. Falsch. Mario! Das hier ist auch kein schönes Mario. Naja, alles, wo da geblieben ist. Äh, ich will auch nicht zwei Aufnehmer im gleichen Level hängen. Was ist denn da? Was ist denn das? Kann ich rollen? Rollen? Ich glaube, ich muss da unten ran. Ich speichere jetzt gleich, wenn ich über den Fisch bin. Soll ich nach oben? Und dann... Und nach oben? Hä? Nein! Und dann so. Nein, warum speichere ich eigentlich nie? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Mann, was ist denn das für ein Ding, jo? Das ist echt... So ein Scheiß. Geschafft. Ja. Endlich mal Wett 2-3 geschafft. Das ist so ein Scheiß, sag ich mal so. Jetzt gehts los mit dem Gerede. Das ist wie so ein Zuhälter, Alter. Dann nehmen wir mal das hier. Zwei! Das kann ich wirklich zweimal mehr überleben. Hauptsache ich hätte nicht die Blume gekriegt. Okay, speichern wir. Okay, Mario! Ich weiß, ich habe Langeweile. Was war denn das jetzt? Neuronu! Achso, ich kann doch... Ich weiß nicht gleich. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was das ist. 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 Die Bombus sollen weggehen. Mann, ich speichere schnell! Ifs. Warte. Warte ... haben wir immer mehr, ey. Was? Na, hallo? Irgendwas stimmt hier nicht. Ich gucke mal. Jetzt bin ich mir da. Sorry, falls ich jetzt was übersprungen habe oder so, ihr nicht gesehen habt. Ich hab... Ah ja, danke auch. Hä? Ich war oben dann. Mann, nein. Fuck, ey. Kann man schlechter sein als verdammt? Ach komm, ey. Anders bin ich mir einfach nicht. Nein, nein, nein. Ich speichere demnächst wieder mal. Den muss ich werden. Ach, fuck mal. Wann ich? John? Spring? Spring. Ich könnte jetzt ein Safe State gebrauchen. Aua, ich scheiß auf Safe State. Das mach ich free. Das mach ich nicht free. Ich mach jetzt schon auf diese Scheißlebe. Komm, ich scheiß mal auf das eine Leben, Mann. Okay. Okay, jetzt schau ich jetzt nicht mal auf das eine Leben. Mach schon ein Safe State. Jump. So, hab für euch extra ein Safe State ermöglicht. Jungs, jetzt schau ich mal auf das eine Roboter habe. Auf die Welche ist das so. Ja, da ist das nicht in der Wege. Oh, ist das ein Problem. Spieeeell, neue Wiederholung. Alter, 10 Minuten Let's Play sind cool. Machen schon Spaß im Spiel. Let's Play sind allgemein cool. Bloß ich will dieses Level schaffen und das. Die 10 Minuten Marke. Was schreit er? Komm, Scheiße. Werden wir nicht gekillt werden? Hören! Oh, was ist denn da? Geschafft! Okay, Level 2 sehen wir in der nächsten Folge von... Rex, Bre, Maul, Super Mario und was auch. Ha, bis dann. Nein, nein, Spaß, Spaß. Ich bin wieder da. Bis dann.